Wenn man eine Idee hat und sich dann etwas zu formen beginnt und je mehr man darüber nachdenkt, feststellt, dass das in sich eine schlüssige Sache ist, dann beginnt es zuerst einmal in einem selbst eine gewisse Eigendynamik zu entwickeln. Wie baue ich ein Auto? Wie kann jemand, der Spaß am Autofahren hat, mit gutem Gewissen dorthin kommen, wo er hinwill? Wir müssen uns ändern und wir müssen das, was wir die letzten Jahre und Jahrzehnte gemacht haben, ganz massiv in Frage stellen, um in Zukunft überlebensfähig und wettbewerbsfähig zu sein. Andere malen Blumen oder machen irgendwas in der Bildhauerei, fotografieren, was auch immer. Und ich zeichne mit Tusche auf transparent Gesamtfahrzeugpläne. Der Mensch steht da im Mittelpunkt und damit beginnt man auch. Man setzt ihn mehr oder weniger virtuell in einen leeren Raum und baut dann das gesamte Fahrzeug um diesen Menschen. Und kann man nur erinnern, da war unverzehrt das Design auf den Gesamtfahrzeugplan gelegt. Und da war für mich eigentlich sehr schnell klar, dass das Wohldesvogelwildes eine Chance auf dem Setzen hat. Es gibt viele Ideen von Einzelpersonen, aber erst wenn sich mehrere Personen treffen und ihre Ideen austauschen, kommt es zu einer Innovation. Natürlich gibt es erhebende Momente, etwa wenn zum ersten Mal das Fahrzeug gestartet wird, wenn das Fahrzeug zum ersten Mal auf das Messgelände fährt. Nachdem in so einem Fahrzeug ja viele Funktionen appliziert werden müssen, heißt das, dass man in vielen kleinen Schritten versucht, dem Fahrzeug das Laufen beizubringen. Das Schöne ist, dass man an dem Fahrzeug, an dem Charakter des Fahrzeuges die Liebe, das Engagement, das Know-how all der Kollegen findet, dass sich das darin widerspiegelt. Diesen Charakter, das kann man beim Fahren des Autos auch spüren. Und ich glaube, dass wir bei diesem Mission Efficient Dynamics eine Punktlandung gemacht haben. Wenn das Fahrzeug dann fertig ist, dann beginnt man sich auch leise zu verabschieden. Das ist ein bisschen so, wie wenn man ein Buch ausgelesen hat, das sagt man ja auch. Das ist genauso, als wenn man einen Freund verliert. Und ähnlich ist es bei so einem Fahrzeug dann auch. Mein Name ist Jürgen Greil und ich bin Diplom-Ingenieur für Maschinenbau bei BMW.